Kampfer im Leichtgewicht 60 Kilogramm Es stehen sich gegenüber in der roten Ecke Eduard Schmid Für Straubi und für den Komitee Rustam Raffi Als Ringrichter appiert in diesem Kampf der Sportkammarat Rami Al-Masri Ring frei, Runde 1 Kampfer im Leichtgewicht Kampfer im Leichtgewicht T fod教 Kl Phantom Jess ist krimge Vielen Dank. 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 Vielen Dank.